Sie hören die grünen Augen von Finchle, von Heinz G. Konsalik, gelesen von Matthias Ponnier. Es war kurz vor Mitternacht, der 21. März 1983. Trotz der späten Stunde saß Rechtsanwalt Dr. Pat Woodruff noch an seinem Schreibtisch und bearbeitete Prozessakten. Er war so versunken in seiner Arbeit, dass die Umwelt für ihn nicht existierte. So entging ihm auch, dass sich die Gardine plötzlich bewegte. Ein unheimlicher Schatten huschte über die Terrasse, verharrte vor der angelehnten Tür und behutsam schob sich eine breite Hand durch den Vorhang. In diesem Moment tastete Woodruff, ohne von seiner Arbeit aufzusehen, zur rechts von ihm stehenden Kondiakflasche, um sein Glas zu füllen. Dadurch zuckte ihn panisches Entsetzen. Statt der Flasche hatte er eine fremde Hand berührt. Der Schrei blieb ihm in der Kehle stecken. Fassungslos starrte er den Mann an, der im Halbdunkel des Zimmers stand und anzüglich lachte. »Es ist nicht gut, wenn du so viel trinkst, Pat.« Entgeistert sank Dr. Woodruff in den Schreibtischsessel zurück. »Johnny«, flüsterte er schließlich. »Johnny, du bist es wirklich?« Johnny Woodruff setzte sich auf einen Stuhl neben dem Schreibtisch. Der Schein der Lampe fiel auf sein Gesicht und zeigte die verblüffende Ähnlichkeit mit seinem Bruder. Er hatte die gleichen grünen Augen, das breite Gesicht, die hohe Gestalt. »Ja«, meinte er zynisch grinsend, »ich hatte Sehnsucht nach meinem Zwillingsbrüderchen. In Indien ist es jetzt zu heiß, so an die 45 Grad, Pat.« Ungeduldig winkte der Anwalt ab. »Erzähl mir bitte keine Märchen. Was suchst du hier in London?« »Bin ich nicht hier geboren? Gehöre ich nicht hierher?« »Wohl kaum.« »Achst du Geld?« »Das auch.« »Und du glaubst, ich gebe es dir.« »Das nehme ich als sicher an.« »In Indien hatte ich kein leichtes Leben. Ich war Ingenieur, Steineklopfer, Wahrsager, Fakir, und zuletzt Hoteldiener.« Der Anwalt schob mit einer energischen Bewegung seine Akten zur Seite. »Komm mir nicht mit diesen Dingen.« »All das wäre nicht nötig gewesen, wenn du hier vor drei Jahren deine Finger von fremden Geldern gelassen hättest. Wem willst du für dein Leben in Indien Vorwürfe machen? Mir etwa? Hast du vergessen, dass ich dir damals zur Flucht verholfen habe?« Johnnys Gesicht verzerrte sich zu einer bösartigen Fratze. »Lass gefährlichst diese uralten Kanälen,« knurrte er gereizt. Pat konnte sich nur mühsam beherrschen. »Wie kannst du es wagen, einfach nach London zurückzukommen?« »Ich verschwinde sofort, wenn du mir Geld gibst, diesmal nach Südamerika.« »Um in drei Jahren wiederzukommen, wie?« »Das hängt ganz von der Summe ab, die du für mich locker machen wirst.« »Also nichts als Erpressung.« Pat Woodruff griff mit entschlossenem Gesicht in die Schublade seines Schreibtisches und legte einen geladenen Revolver vor sich hin. »Zur Sicherheit!«, meinte er mit eiskalter Stimme. Johnny lümmelte sich spöttisch lächelnd auf seinem Stuhl und steckte die Hände in die Taschen des grauen, lässig-eleganten Mantels. Ein Foto, das an ein Aktenstück geheftet war, hatte sein höchstes Interesse geweckt. Es zeigte ein schmales, rassiges Mädchengesicht mit langen, blonden Locken. Er beugte sich weit vor und stieß einen gedehnten Pfiff aus. »Verdammt! Wer ist denn diese schöne Lady?« »Das geht dich gar nichts an.« Der Rechtsanwalt klappte die Akte zu. »Es ist die Tochter Sir John Marshalls, eines meiner wichtigsten Klienten.« »Was? Das ist die Tochter des alten Marshall. Junge, habe ich da einen Geschmack entwickelt.« Pat betrachtete seinen Bruder. »Was redest du da für dummes Zeug? Was hat Miss Marshall mit deinem Geschmack zu tun? Du hast wohl einen Truppenkoller?« »Absolut nicht.« Johnny rieb sich vergnügt die Hände. »Ich habe diese junge Dame heute auf der Straße angesprochen.« »Hast du ihr etwa deinen Namen genannt?« fuhr Pat ihn schockiert an. »Nein.« Vorläufig beliebte ich, anonym zu bleiben. »Die Vorstellung kommt noch.« »Sie wird nicht kommen.« zischte Pat mit wutverzerrtem Gesicht. »Umgehend wirst du wieder von hier verschwinden. Ich setze unter keinen Umständen noch einmal meine Karriere. Deinetwegen aufs Spiel. Im Übrigen, damit du es weißt, man hält dich in meinen Kreisen für tot.« »Das ist ja reizend,« warf Johnny ein, und in seinen Augen klomm ein wildes Feuer auf. »Ja, und ich habe es auch schon bewiesen.« Pat lehnte sich über die Schreibtischplatte. »Ich habe aus Indien deine Sterbeurkunde erhalten. Nach ihr bist du im vergangenen Jahr am gelben Fieber gestorben. Ein armer Landarzt hat mir die Bescheinigung ausgestellt. Hat mich über hundert Pfund gekostet.« Johnny erhob sich. Mit stechenden Augen fixierte er den Anwalt. »Dein Gequassel wird mir allmählich unerträglich. Was ist dir deine Existenz wert?« »Fünftausend Pfund.« »Sagen wir, zehntausend?« Pat schüttelte es vor Wut und Ekel. Er umklammerte den Griff seines Revolvers. »Du schmutziger Erpresser!« Johnny ging um den Schreibtisch herum auf seinen Bruder zu. »Diese unflätigen Beschimpfungen berechne ich mit tausend Pfund extra. Wann stehen also elftausend Pfund zu meiner Verfügung?« In diesem Augenblick verlor Pat den Kopf. Er sprang auf und seine Stimme klang heiser vor Hass. »Niemals, du Verbrecher!« Seine Worte kamen wie Peitschenschläge und sie trafen genau ins Schwarze. Johnnys Gesicht verfärbte sich vor Jähzorn. Blitzschnell griff er in seine Brusttasche, schwang einen blinkenden Gegenstand in der Faust und stürzte sich auf seinen Bruder. Pat wich entsetzt ein paar Schritte zurück und riss den Revolver hoch. Woodroffs Diener hatte seinen dienstfreien Tag in der Stadt verlebt und kam gegen null Uhr nach Hause. Deshalb war er auch noch wach, als er verwundert registrierte, dass sein Herr gegen ein Uhr morgens durch die Halle des Hauses ging und die Seitentür zur Garadel aufschloss. Hastig warf er sich einen Mantel über und rannte dem Anwalt nach. »Ist noch etwas, Herr Doktor?« Erschrocken fuhr Woodroff beim Klang der Stimme zusammen. Als verstörten Augen sah er den Diener an und schüttelte den Kopf. »Gehen Sie ruhig wieder schlafen. Ich muss nur noch einmal in die Stadt, weil ich eine wichtige Akte im Büro liegen gelassen habe.« In seinem Zimmer hörte der Diener wenig später, wie in der Garage der Motor der Limousine ansprang und etwa zehn Minuten im Leerlauf brummte. Dann entfernte sich der Wagen mit hoher Geschwindigkeit. Die ersten Morgenstunden des 22. März waren bereits angebrochen. Inspektor Korner, der Leiter der Abteilung 3, Mordkommission von Scotland Yard, blickte missmutig auf. Das Schrillen des Telefons hatte ihn aus dem Studium eines nächtlichen Vernehmungsprotokolls gerissen. Unwillig griff er den Hörer und knurrte in den Apparat. »Hier, Korner, Scotland Yard.« Vom anderen Ende der Leitung drang eine erregte Stimme. »Sergeant Smith, Posten 5 des 22. Reviers, ich habe eine wichtige Meldung zu machen.« Korner nahm den Hörer in die linke Hand, angelte sich mit der rechten an den Bleistift und schob den vor ihm liegenden Notizblock zurecht. »Na, dann schießen Sie mal los.« Smith räusperte sich. »Als ich so gegen 4 Uhr morgens auf meiner üblichen Runde am Ausgang von Finchley den Weg nach Southgate kreuzte, sah ich am Boden eine zusammengekrümmte Gestalt. Bei der näheren Untersuchung stellte ich fest, dass da ein Mann mit eingeschlagenem Schädel in einer großen Blutlache lag. Berührt habe ich ihn nicht. Der Spuren wegen, Herr Inspektor.« Korner ließ den Bleistift sinken. »Gut, Smith, wir kommen sofort.« Finchley ist ein abgelegener Vorort Londons. Ländlich und einsam. Im dichten Nebel dieses trüben Märzmorgens aber schien es der trostloseste Platz der Welt zu sein. Nur langsam kam die Wagenkolonne der Mordkommission vorwärts. Inspektor Korner saß im Fond seines Autos neben Dr. Hearn, dem Polizeiarzt. Neben dem Fahrer hockte der Spindeldürre Sergeant Battle, Inspektor Korners Assistent. Die Autos stoppten und einer der Polizisten stattete seine Meldung bei Inspektor Korner ab. »Sergeant Smith, es ist alles abgesperrt.« »Sehr schön.« Korner reichte ihm die Hand. Er bahnte sich seinen Weg zu der Leiche und betrachtete sie. »Fällt Ihnen nichts auf, Battle?« »Keine Fußspuren,« brummte der Sergeant. »Ja, keine Fußspuren.« »Und das bei dem Wetter.« »Bei diesem weichen Boden.« »Nur die Abdrücke unserer eigenen Schuhe sind zu sehen. Blicken Sie mal zurück.« »Unsere Fußspuren sind so klar, dass es für einen Kriminalisten eine Wonne wäre, sie auszugießen.« »Aber hier, neben und an der Leiche.« »Nichts!« Der Inspektor neigte sich über die niedergestreckte Gestalt am Boden. Vorsichtig drehte er sie herum und fuhr entsetzt zurück. Auch Battle, der einen starken Handscheinwerfer hielt und den Toten anleuchtete, wandte sich erschrocken ab. Ein grauenhafter Anblick bot sich ihnen. Ein Mensch ohne Gesicht. Ein Mensch mit einem Kopf, der nur noch eine formlose Masse war. Ohne Nase, Mund, Ohren und Augen. Sogar die Zähne fehlten und Teile der Kiefer. Korner richtete sich auf. »Hier ist ein Mord von seltener Brutalität verübt worden. Der Täter hat die geringste Kleinigkeit berücksichtigt. Er hat seinem Opfer sogar die Zähne herausgebrochen, damit die Identität des Ermordeten noch nicht einmal am Gebiss festgestellt werden kann.« Inzwischen hatte der Polizeiarzt mit der Untersuchung des Ermordeten begonnen. Als er den Arm des Toten zur Seite schob, fuhr er herum. »Korner, kommen Sie doch mal her.« Dann zeigte er ihm die Hände des Toten. »Hier, sehen Sie. Alle Fingerspitzen sind weggebrannt. Mit einer Lötlampe oder dergleichen hat der Mörder die hautleisten Bilder vernichtet.« Still und routiniert arbeitete der polizeiliche Ermittlungsapparat. Die Ausbeute war entmutigend. Henry Korner hatte sich auf das Trittbrett seines Autos gesetzt und starrte in den Nebel. »Ein Mann kann nicht aus der Luft herausgetötet und derart verstümmelt werden. Es müssen doch Spuren da sein.« »Wie lange wird denn dieser arme Kerl hier schon tot sein, Doktor?« »Etwa fünf bis acht Stunden.« Der Inspektor schüttelte den Kopf. »In dieser Zeit können Regen und Nebel die Spuren doch nicht völlig verwischt haben. Ich stehe vor einem Rätsel.« Unschlüssig sah Sergeant Battle Inspektor Korner an. Dann meinte er hüstelnd, »Vielleicht ist der Fall gar nicht so rätselhaft. Wie wär's mit einem Flugzeug?« Überrascht fuhr Korner herum. »Tatsächlich, das ist eine Möglichkeit. Warum soll der Tote nicht aus einem Flugzeug geworfen worden sein?« Doktor Hörn machte ein zweifelndes Gesicht. »Schlagen Sie sich eine solch einfache Lösung aus dem Kopf, Korner. Auch wenn ein Mensch in verhältnismäßig geringer Höhe aus einem Flugzeug geworfen wird, bricht er sich alle Knochen. Bei diesem Toten aber sind alle Knochen heil. Nichts ist gebrochen, bis auf die Schädelbasis. Und die ist durch Schläge mit einem stumpfen Gegenstand zertrümmert worden.« Das Zimmer 96 der Abteilung 3M lag in dem großen Gebäude von Scotland Yard in der ersten Etage am Ende eines langen Korridors. Inspektor Korner und sein Assistent Bettel waren aus Finchle zurückgekommen und hatten die Sachen des Ermordeten in Empfang genommen. Nun saßen sie vor dem Bündelkleider und der Sergeant notierte, was der Inspektor ihm ansagte. Hier machte Korner eine Pause und drehte nachdenklich den Ring in seiner Hand. Dann sagte er laut, »Ein Wunder, dass der Mörder seinem Opfer den Ring gelassen hat. Ein Ring mit einem Butter. Das ist auffällig. Vergessen hat er ihn auf keinen Fall. Er muss ihn zumindest gesehen haben, als er die Fingerspitzen abbrannte.« Der Inspektor drehte den Ring hin und her. »Er muss etwas damit bezwecken. Er hat ihn absichtlich am Finger des Ermordeten gelassen. Soll er vielleicht für uns eine Falle sein?« Bettel legte seinen Bleistift hin und sah sich nun gleichfalls den blinkenden Goldtreif an. »Indische Arbeit«, meinte er, »ganz richtig.« »Der Tote muss also in Indien gewesen sein. Oder der Mörder.« »Aber das ist auch alles, was wir wissen, Bettel. Zunächst müssen wir klären, wie es ein Mensch fertig bringt, spurenlos zu morden.« Der Sergeant blinzelte listig. »Vielleicht ist das gar nicht der Tatort, an dem wir vorhin standen.« Korner warf ihm einen ironischen Blick zu. »Sie haben Ideen, Mann. Erst die Sache mit dem Flugzeug und jetzt der Zweifel am Tatort. Und die große Blutlache? Meinen Sie allen Ernstes, ein Mörder bringt einen Toten mit und dazu einen Kübel Blut, den er dann um den zertrümmerten Schädel seines Opfers auf den Boden gießt? Das wäre mal etwas wirklich Neues, Chef.« Da schlug sich Korner mit der flachen Hand auf die Stirn. »Bettel«, rief er begeistert, »das ist möglich. Der Mörder kann die Blutlache künstlich erzeugt haben. Wir müssen sofort wieder nach Finchley.« Es war zehn Uhr vormittags, als Evelyn Marshall, die einzige Tochter des großindustriellen Sir John Marshall, in der Bibliothek ihres Vaters saß und die Privatpost sichtete, die sie ihm ins Büro bringen wollte. Ein leises Pochen an der Tür ließ sie aufblicken. Gleich darauf trat der Diener ein und überreichte ihr ein umfangreiches Paket. »Für das gnädige Fräulein«, sagte er steif, »man hat es soeben abgegeben.« »Für mich?« Evelyn erhob sich und trug das Paket zum Fenster, wo sie es öffnete. Verständnislos starrte sie auf den Inhalt. Es war ein selten schöner Blaufuchsmantel. Im selben Moment fiel ihr eine unangenehme Begegnung ein, die sie am Tag zuvor gehabt hatte. Als sie gegen fünf Uhr nachmittags vor den Auslagen eines Pelzgeschäftes stehen geblieben war, erklang plötzlich eine tiefe Männerstimme hinter ihr. »Der Blaufuchs würde wunderbar zu ihren blonden Locken passen.« Empört hatte sie sich umgedreht und in ein breites Gesicht gesehen, das von zwei merkwürdig kalten grünen Augen beherrscht wurde. Und wieder dröhnte die Stimme. »Sie halten gewiss nicht viel von Männern, die sich Schaufenster angucken.« Ganz von oben herab hatte sie zurückgegeben, »Ich halte absolut nichts von Männern, die eine Dame ansprechen.« Der Fremde zog darauf seinen dunkelbraunen Hut und verbeugte sich leicht. »Nun, das kann sich ändern. In jedem Fall werden Sie noch von mir hören.« Es hatte wie eine Drohung geklungen. Erst als der Unbekannte sich nach diesen merkwürdigen Worten zum Gehen gewandt hatte, hatte Evelyn Marschall mit einem kurzen Blick sein Äußeres gestreift. Er war groß und schlank. Sein grauer Mantel wirkte elegant und schien von einem erstklassigen Schneider angefertigt worden zu sein. Der hellbraun gemusterte Seidenschal bauschte sich unter einem energischen Kinn, und während er seinen Hut wieder aufsetzte, leuchteten hellgelbe Handschuhe auf. Und nun hatte jener dreiste Mensch sich erlaubt, ihr den Blaufuchs zuzusenden. Plötzlich stutzte Evelyn Marschall. Woher wußte er überhaupt ihren Namen und ihre Adresse? Wütend ging sie zum Telefon und rief das Pelzgeschäft an. Der Inhaber wußte aber nicht viel zu sagen. Ein Herr hätte sich gestern Abend den Fuchs zurücklegen lassen. Heute Morgen sei er wieder erschienen, habe die Rechnung beglichen und gebeten, den Mantel an Fräulein Marschall zu senden. Als Evelyn das Büro ihres Vaters betrat, bemerkte sie, dass er nicht allein war. Ein Mann stand vor seinem Schreibtisch, mit dem Rücken zur Tür, und sprach eindringlich auf Sir John ein. Sie nickte ihrem Vater zu. Bei diesen Worten drehte der Mann sich um. Evelyn glaubte zu erstarren. Das war doch der Mensch, der sie gestern auf der Straße belästigt hatte. Brüsk wandte sie ihre Augen von ihm ab, eilte auf ihren Vater zu und gab ihm einen Kuss auf die Stirn. »Das ist Dr. Woodruff, Eve«, sagte er, »das juristische Gehirn deines Vaters.« Und an Woodruff gerichtet, »das ist Evelyn, meine Tochter.« Der Anwalt verbeugte sich leicht. Evelyn blitzte ihn an. »Kennen wir uns nicht schon, Herr Doktor?« »Leider nein, gnädiges Fräulein. Ich habe zwar Ihr Bild in meinen Akten, aber das ist auch alles.« Erstaunt blickte Woodruff das Mädchen an. Auch Sir John war aufs Höchste verwundert. Evelyn trat dicht an Woodruff heran. »Sie haben mir also heute Morgen keinen Pelz geschickt?« »Was für einen Pelz, der um Gottes Willen...« »Nun, den Blaufuchs, den Sie mir gestern so sehr empfohlen haben.« »Ich verstehe wirklich nicht, gnädiges Fräulein. Sie haben mich doch gestern Nachmittag auf der Straße angesprochen.« Woodruff sah Marshall an. »Ich begreife das nicht. Ich war gestern gar nicht in der Stadt.« Verwirrt trat Evelyn zurück. »Sie waren nicht in der Stadt. Und Sie haben mir heute Morgen nicht den Pelz geschickt?« Woodruff hob beide Arme. »Ich kenne Sie seit fünf Minuten persönlich. So gut Ihnen ein Blaufuchs stehen mag. Ich habe ihn bestimmt nicht gekauft. Glauben Sie mir.« »Dann haben Sie aber einen verblüffend ähnlichen Doppelgänger, Dr. Woodruff«, sagte Evelyn. »Bitte entschuldigen Sie.« »Bitte entschuldigen Sie.« Als Evelyn das Zimmer verlassen hatte, klopfte Marshall seinem Rechtsbeistand anerkennend auf den Rücken. »Ich bin Ihnen dankbar.« »Aber nun zu unseren Geschäften.« »Es geht um ein neues Projekt.« »Ich will in Indien eine Filiale gründen.« »Sie werden die Verträge vorbereiten.« »Selbstverständlich, Sir.« Zur selben Zeit kniete Inspektor Korner an der Fundstelle der Leiche. Neben ihm standen Bettel und der Streifenpolizist Smith. Phlegmatisch meldete sich dieser zu Wort. »Herr Inspektor, ich wollte noch melden, dass man in der Nacht eine fremde Limousine gesehen hat.« Er regt, sprang Korner auf. »Was? Und das sagen Sie mir erst jetzt?« Ungerührt starrte der Streifenpolizist den Inspektor an und brummte. »Ich glaube nicht, dass es eine ernstzunehmende Aussage ist.« »Wieso nicht?« »Weil der Mann, der davon berichtete, ein Trunkenbold ist.« Gereizt winkte Korner ab. »Einerlei. Sagen Sie mir, was Sie gehört haben.« Der Streifenpolizist räusperte sich. »Es handelt sich um einen gewissen Ben Farmer.« Ich traf ihn im Morgengrauen und da erzählte er mir, wie er vorhin von einer seiner üblichen Touren kam, den Heimweg abschneiden und übers Feld gehen wollte. Und da will er eine große Limousine gesehen haben, die unbeleuchtet und leer auf der Landstraße stand. Er hätte »Hey« gerufen und »Wer ist da?« Aber niemand hätte geantwortet. Da wäre er weitergegangen. Korner wippte nervös auf den Zehenspitzen. »War der Mann wirklich so blau oder tat er nur so?« »Nein, Herr Inspektor, der war restlos hinüber.« »Hat er die Farbe des Autos erkannt?« Der Polizist lächelte überlegen. »Bei dem Nebel und dazu noch sinnlos betrunken?« »Heh, das ist denn doch etwas zu viel verlangt.« Der Inspektor überhörte den Spott. »Aber den Autotyp wird er doch festgestellt haben.« »Auch nicht. Die Limousine war breit und lang,« hat er gemeint. »Fast wie ein amerikanischer Straßenkreuzer.« Korner pfiff vor sich hin. Nachdenklich sagte er »Also ein Auto.« Demnach könnte die Tat sich folgendermaßen abgespielt haben. Der Mörder hat sein Opfer kurz vor dem Feldweg im Wagen betäubt. Dann hat er den Bewusstlosen an die Stelle geschleppt und abgeschlachtet. Besonders verlockend ist, dass wir uns damit endlich das völlige Fehlen von Bodenspuren erklären können. Das Opfer wurde getragen. Der Verbrecher brauchte nichts weiter zu tun, als seine eigenen Fußspuren vorsichtig rückwärtsgehend einzuebnen. Der anhaltende Regen hat den Rest besorgt.« »Und das Motiv?« knurrte der Sergeant. »Um das zu finden, müssen wir wissen, wer der Tote ist. Besuchen wir erst mal den guten Farmer.« Als sie unter Smiths Führung vor der Hütte des Ben Farmer angelangt waren, wurde ihnen nicht geöffnet. »Wenn der einen Rausch hat, schläft er zwei Tage hintereinander wie ein Bär,« meinte Smith mit Kennermine. Aber Bettel zog nur die Augenbrauen hoch, trat gegen die Tür und sprengte sie aus ihren verrotteten Angeln. Drinnen stank es betäubend. Da die Fensterläden dicht geschlossen waren und auch die offene Tür nicht genug Licht hergab, schaltete Corner seine Taschenlampe ein. Die Polizeibeamten erkannten einen Herd, einen armseligen Tisch, drei Stühle und ein schmuddeliges Bett. Und darin lag Farmer. Leise trat der Inspektor an das Lager und beugte sich über den Schlafenden. »Jay«, richtete er sich wieder auf und blickte zu Bettel und Smith. »Der trinkt keinen Whisky mehr,« flüsterte er. »Glatter Einschuss in die Stirn.« »Er muss sofort tot gewesen sein.« »Der Mörder hat sich an sein Bett geschlichen, ihm den Revolverlauf an die Stirn gehalten und abgedrückt.« »Dieser arme Kerl musste sterben, weil er die Limousine gesehen hat.« Die Beamten machten sich an die Aufnahme des Tatbestandes. Aber auch in diesem Falle hatte der Täter nicht die geringste Spur hinterlassen. Enttäuscht schüttelte Corner den Kopf. »Wir wissen nicht einmal, wie der Mörder ins Haus gekommen ist. Die Tür war von innen verriegelt, die Fensterläden waren verschlossen. Und einen anderen Eingang gibt's nicht. Es sei denn, er ist vom Dach aus eingestiegen. Jetzt haben wir zwei Morde ohne Täter.« Am Nachmittag erschien Dr. Pat Woodruff in Sir John Marshalls Villa, um der Tochter des Hauses seine Aufwartung zu machen. Als die beiden beim Tee saßen, betrat der Diener den Raum und teilte Evelyn mit, dass ein gewisser Inspektor Corner von Scotland Yard darum bete, sie für einige Minuten sprechen zu dürfen. Respektvoll begrüßte Corner die Tochter des Industriellen und den bekannten Londoner Anwalt. Dann wandte er sich an das junge Mädchen. »Verzeihen Sie, dass ich Sie zu dieser Stunde aufsuche.« Es handelt sich um eine dringende Angelegenheit. In der vergangenen Nacht ist bei Finchley ein Verbrechen verübt worden. Ein Mann wurde ermordet, dessen Identität uns noch unbekannt ist. »Das ist ja furchtbar. Aber was habe ich damit zu tun?« Aufgrund von Berichten in den Mittagsblättern, die die Kleidungsstücke des Ermordeten beschrieben, hat ein Pelzhändler uns Folgendes mitgeteilt. »Gestern Abend sei ein Mann in seinen Laden gekommen, dessen Kleidung genau der Zeitungsmeldung entsprach und hätte sich einen Blaufuchs zurücklegen lassen. Und heute Morgen hat er Weisung gegeben, den Pelz an Sie zu schicken.« »Ich wäre Ihnen nun sehr verbunden, Nädiges Vorlein, wenn Sie mir etwas darüber sagen würden.« Bereitwillig erzählte Evelyn von der Begegnung und zeigte dem Inspektor den Mantel. Korner strich mit der Hand über das Fell. »Ein herrliches Stück. Sie wissen nichts Näheres über diesen Mann?« »Nicht mehr, als ich Ihnen gesagt habe.« Plötzlich lachte sie auf, höchstens, dass er fast genauso aussah wie Dr. Woodruff. Korner blickte den Anwalt an. »Sie vertreten die Interessen Sir John Marshals?« »Ja,« schmunzelnd fügte Woodruff hinzu, »und im Augenblick beschütze ich außerdem noch Vorlein Evelyn vor meinem unheimlichen Doppelgänger, den ich übrigens gern einmal kennenlernen möchte.« Korner wurde ernst. »Ich fürchte, das wird nicht mehr möglich sein, Herr Doktor.« Dann fragte Evelyn, »wie war der Fremde gekleidet?« »Hm, grauer Mantel, brauner Hut, braune Schuhe, grauer oder brauner Anzug, ein Seitenschal.« Der Inspektor unterbrach sie. »Und?« »Hellgelbe Schweinslederhandschuhe.« »Ja, na also.« Korner trank seinen Tee in einem Zuge aus. »Da haben wir ihn ja.« »Den Mörder?« Woodruff fuhr von seinem Sessel auf. »Nein, den Ermordeten.« »So wie die Sache sich mir bisher zeigt, muss der Tote von Finchley derselbe Mann sein, der sie gestern auf der Straße angesprochen hat. Nur hat man an seinem Körper derartige Verstümmelungen vorgenommen, dass eine Identifizierung unmöglich ist. Und das ist wichtig, denn der Mensch, der heute Morgen den Pelz schicken ließ, ist nicht der Mann, der sie ansprach.« Verblüfft schaute Evelyn Korner an. »Das ist doch unmöglich. Wie sollte denn ein anderer wissen, was wir gestern Nachmittag gesprochen haben?« Auch mir ist das vorläufig noch ein Rätsel. Fest steht jedoch, der Pelz wurde heute Morgen gekauft. Um diese Zeit aber war die Leiche schon aufgefunden worden. Der Pelzhändler glaubt allerdings, beschwören zu können, dass der Mann, der heute Morgen in seinem Laden erschien, derselbe ist, der gestern Abend den Fuchs zurücklegen ließ. Seelenruhig kaufte der Mörder für sie den Mantel, nachdem er kurz vorher den Unbekannten und noch einen anderen armen Kerl ermordete. Jerry Shirk war eine jener Gestalten, die in den Abgründen einer Großstadt leben und von kleinen Raubzügen existieren. Am Abend des Tages, an dem in Finchley zwei Morde entdeckt wurden, lag er in seinem zerschlissenen Sofa und starrte gegen die trüben Scheiben. Plötzlich fuhr er zusammen. Die Tür hinter ihm hatte leise geklappt, und in der nächsten Sekunde stand eine hohe Gestalt in der Dunkelheit des Zimmers. Eine schwarze Maske verdeckte das Gesicht des Eindringlings und sein langer Regenmantel reichte fast bis auf die Schuhe. In der Hand hielt er eine Pistole, deren Lauf er nun Jerrys Stirn näher brachte. Gelähmt vor Angst konnte Jerry nur flüstern. »Was wollen Sie?« »Es kommt ganz darauf an, wie Sie sich benehmen«, sagte der Maskierte mit hörbar verstellter Stimme. »Sind Sie vernünftig? Erhalten Sie einhundert Pfund.« »Hundert Pfund. Was soll ich denn tun?« »Kennen Sie Henry Corner, den Inspektor von Scotland Yard?« »Den kenne ich nicht. Ist egal. Auf jeden Fall muss er verschwinden.« »Ist das nichts für Sie, Jerry?« Scherk wich auf die äußerste Ecke des Sofas zurück. »Morden tue ich nicht. Überhaupt, woher kennen Sie mich?« »Hast du schon einmal etwas von Johnny Woodruff gehört?« »Dieser Johnny hat vor drei Jahren Geld unterschlagen. Er konnte aber fliehen. Ein gewisser Scherk verschaffte ihm falsche Papiere. Darauf steht bei Jerrys Vorstrafen gewiss Zuchthaus. Wie? Woher wissen Sie das?« stöhnte Jerry. »Johnny ist doch tot.« »Ja, seit gestern.« »Was?« Scherk schnellte vor, aber schon bannte ihn eine unmissverständliche Bewegung der Pistole auf seinen Platz. »Johnny ist doch in Indien gestorben.« Der Maskierte schnaubte verächtlich. »Johnny ist gestern auf der Landstraße zwischen Finchley und Southgate erschlagen aufgefunden worden. Allerdings hat ihn noch keiner erkannt. Man hat ihn nämlich ziemlich übel zugerichtet. Dich dürfte interessieren, dass ich der Mörder bin.« Scherk schnaubte vor Entsetzen und kauerte sich noch tiefer in die Sofa-Ecke. Ungerührt sprach die verstellte Stimme weiter. »Und nun, pass gut auf, dir geht es genauso, wenn du dich nicht meinen Wünschen fügst. Ich soll also diesen Inspektor umlegen? Morgen um diese Zeit muss Korner verschwunden sein. Und wehe, mein Junge, es klappt nicht.« Die Nacht vom 22. zum 23. März 1983 war angebrochen. Inspektor Korner saß in seiner Wohnung am Schreibtisch und brütete über einem Blatt Papier, auf dem er den Verlauf des Doppelmordes von Finchley zusammengefasst hatte. Vielleicht gelang es ihm, einen logischen Aufbau in das Durcheinander zu bringen. Immer wieder starrte er auf seine Notizen. Rechtsanwalt Dr. Woodruff soll den Mann, der Evelyn Marshall auf der Straße angesprochen hat, verblüffend ähnlich sehen. Wo war Dr. Woodruff in der fraglichen Nacht? Zu Hause. Sein Diener hat es bestätigt. Er hat jedoch auch berichtet, dass sein Herr gegen ein Uhr früh nochmals in die Stadt gefahren ist. Aber das war ja absurd. Und doch die Aussage Evelyns. Immerhin, auch dieser Möglichkeit musste nachgegangen werden. Voller Zweifel ging Korner schließlich ans Telefon und rief den Nachtdienst seiner Abteilung an. »Wenn ich morgen früh in den Yard komme, möchte ich eine umfassende Auskunft über Dr. Pat Woodruff haben.« Missmutig legte er den Hörer auf und trat ans Fenster. Plötzlich hörte er einen leisen Knall. Das Fensterglas neben ihm zersprang und eine Kugel pfiff haarscharf an seinem Kopf vorbei. Noch ehe er reagieren konnte, heulte ein starker Motor auf und ein großes, dunkles Auto brauste ohne Licht die Straße hinab und verschwand. Blass geworden trat der Inspektor in den Raum zurück. Mit fahrigen Händen strich er sich durch die Haare. War es schon so weit, dass er dem Mörder gefährlich wurde? Wie sollte er dieses Attentat sonst erklären? Das Schrillen des Telefons ließ ihn zusammenzucken. Dr. Hörn war aber parat. »Inspektor, ich habe eine Sensation für Sie.« »Ich auch für Sie, Doktor. Eben ist auf mich geschossen worden.« »Toll, Inspektor«, entgegnete der Arzt ungerührt. »Aber was ich für Sie habe, ist noch viel toller. Das Blut bei dem verstümmelten Toten stammt von einem Ochsen.« »Was?« Korner, der sich in einen Sessel hatte fallen lassen, richtete sich auf. »Sind Sie sicher?« »Aber ja. Soeben wurde mir das Ergebnis der Analyse vorgelegt. Im Übrigen starb der Unbekannte, wie die Obduktion ergeben hat, an einem Dolchstoß in die Herzkammer. Und wohl erst eine Stunde später hat der Mörder den Toten auf die Landstraße geschafft.« »Der Inspektor war außer sich. Haben Sie sonst an der Leiche irgendwelche Merkmale feststellen können?« Die Stimme am anderen Ende der Leitung trompetete fröhlich. »Klar. Und zwar eine Kleinigkeit, die den Mörder an den Strick bringen kann. Der Tote hat nämlich eine Narbe von einer Gallenblasenoperation.« Von der Straße her näherte sich das Gebrumm eines Motors. Schnell knipste er das Licht aus und duckte sich. »Bleiben Sie am Apparat«, rief Korner ins Telefon. »Ich melde mich sofort wieder.« Er legte den Hörer auf die Schreibtischplatte und schlich ans Fenster. Jetzt glitt der Wagen um die Ecke. Da vergaß Korner die primitivsten Vorsichtsmaßregeln. Er riss das Fenster auf und beugte sich weit vor. Um jeden Preis wollte er den Wagen möglichst genau sehen. Im selben Moment traf ihn die volle Lichtflut eines starken Scheinwerfers. Geblendet taumelte er zurück und ließ sich auf den Boden fallen. Noch im Fallen hörte er das Pfeifen eines Geschosses und den Einschlag in der Mauerverkleidung. Deprimiert angelte er sich den Telefonhörer. »Hören?« »Attentat Nummer zwei. Um ein Haar hätte ich einen sauberen Kopfschuss weggehabt. Leider durch eigene Unvorsichtigkeit. Wie bitte, warum ich keine Streifenwagen auf ihn hetze? Ach, wissen Sie, ich nehme an, der Fuchs hat seinen Bau ganz in der Nähe und ist längst vom Erdboden verschluckt.« Am nächsten Morgen lief alles wie am Schnürchen. Schon die erste Nachfrage beim Dezernat Einbruch und Diebstahl ergab, dass in der fraglichen Nacht einem Bauern in der Nähe von Teddington ein Stück Vieh getötet worden war. Wenig später stand der Inspektor am Tatort. Der Landwirt schien vor Grimm zu bersten. »Dieser Kerl hat meinen besten Ochsen abgestochen und einfach liegen lassen.« »Hm«, brummte Korner. Mit seinen Gedanken war er ganz woanders. Zum x-ten Male versuchte er, das Verbrechen zu rekonstruieren. Angenommen, der Mörder und sein Opfer trafen sich an jenem verhängnisvollen Tag zu irgendeinem Zeitpunkt in der Stadt. Von diesem Treffpunkt aus mussten die beiden an einen anderen Ort gefahren sein, wo der Unbekannte ohne Gefahr für den Mörder getötet, verstümmelt und umgezogen werden konnte. Mit der Leiche im Wagen fährt der Verbrecher nach Teddington, um einen Ochsen abzustechen, dessen Blut er zur Irreführung der Polizei benutzen will. Daraufhin geht es wieder quer durch London nach Finchley, wo der Mörder den Erschlagenen auf einem Feldweg niederlegt und mit Ochsenblut überschüttet. Verzweifelt schüttelte Korner den Kopf. Es war doch völlig undenkbar, dass ein auch nur halbwegs normaler Mensch stundenlang hin- und herfährt mit dem Getöteten im Auto. Dr. Pat Woodruff saß in seiner Villa in Croydon und bearbeitete ein Aktenstück, als ihm der Diener den Besuch eines Herrn von Scotland Yard meldete. Sofort wußte er, dass es sich nur um diesen Korner handeln konnte. »Sind Sie gekommen, um mir eine Spur von meinem Doppelgänger zu bringen?« »Von Ihrem Doppelgänger?« wunderte sich der Inspektor. »Der scheint doch ermordet worden zu sein.« »Ach ja, der arme Kerl«, murmelte Woodruff. »Wieso scheint? Weiß man das immer noch nicht genau?« Korner zuckte mit den Schultern. »Leider nicht, Herr Doktor. Wir tappen nach wie vor im Dunkeln. »Wohin sind Sie eigentlich gestern Nacht gefahren, Herr Doktor?« »Was geht Sie das an?« An der heftigen Reaktion Woodroffs bemerkte Korner mit Bestürzung, dass er zu weit gegangen war. »Ich bitte Sie wirklich sehr um Verzeihung.« Meine Frage entsprang lediglich einer privaten Neugier. Aus halb geschlossenen Augen fixierte Woodruff den Inspektor. »Sie dürfen ruhig wissen, dass ich gestern Nacht überhaupt nicht fortgefahren bin. Ich habe Arbeit genug, die mich in meinen vier Wänden festhält. Deshalb war ich vorgestern ja so verärgert, als ich mitten in der Nacht nochmals in die Stadt musste. Ich hatte eine Akte vergessen, die ich unbedingt brauchte.« »Sie haben viel zu tun, Doktor Woodruff.« »Ja, es wächst mir fast über den Kopf. Zu allem Überfluss ist jetzt noch die Angelegenheit mit der indischen Zweigniederlassung von Sir Marshall dazwischengekommen.« Plötzlich schoss der Inspektor eine Frage ab, die sein Gastgeber in diesem Moment am allerwenigsten erwartet hatte. »Haben Sie nicht einen Bruder dort?« Der Anwalt wich aus. »Wo?« Corners Augen hielten ihn fest. »Ganz einfach, ich meinte, ob Sie nicht einen Bruder in Indien haben.« »Ja, gewiss, das heißt, ich hatte ihn, er ist tot, gestorben an Gelbfieber. Ich erhielt seinerzeit von einem indischen Arzt den Totenschein und die Reste der Hinterlassenschaft meines Bruders zugesandt.« Woodruff ging an einen kleinen Wandschrank, schloss ihn auf und entnahm ihm eine flache Mappe. Aus ihr zog er den Totenschein, einen Ring, eine Geldbörse und ein paar verrostete Schlüssel. Aufmerksam las der Inspektor den Totenschein durch. »Können Sie das Papier eventuell einige Tage entbehren, Doktor Woodruff?« Erstaunt blickte ihn der Anwalt an. »Aber ja, glauben Sie, dass Johnny nicht tot ist? Wie könnte ich daran zweifeln? Es geht hier nur um eine rein technische Angelegenheit. Sie erhalten das Dokument in spätestens acht Tagen zurück.« Corner schob sein Glas zurück und zündete sich eine Zigarette an. »Verzeihen Sie, wenn ich etwas neugierig bin, aber dieser Junge war wohl das schwarze Schaf der Familie. Er wurde doch damals wegen Unterschlagungen in Abwesenheit zu mehreren Jahren Gefängnis verurteilt. Wie mag ihm damals seine Flucht gelungen sein? Wissen Sie etwas Näheres darüber?« »Nein.« Woodruff schüttelte den Kopf. »Und Sie haben nie wieder etwas von ihm gehört?« »Nie.« Kurz darauf verabschiedete sich der Inspektor. An der Tür der Villa reichte Woodruff die Hand. »Ach, Ritig, ich vergaß Ihnen zu erzählen, dass man in der vergangenen Nacht zwei Mordanschläge auf mich verübt hat. Der Kerl muss ein miserabler Schütze sein. Na, wir werden den Burschen schon noch schnappen.« Der Anwalt tat naiv interessiert. »Bekommen Sie eigentlich alle Verbrecher, die Sie suchen?« Korner nickte. »Fass 90 Prozent. Sie wissen ja, jeder Verbrecher macht einen Fehler. Und Sie glauben, dass der Mörder, nachdem Sie augenblicklich fanden, auch einen Fehler machen wird?« Der Inspektor lächelte. In Scotland Yard saß Korner vor einer langen Liste. Er warf einen Blick auf die Namensreihen und stöhnte. »Ich hätte nie gedacht, dass so viele Londoner kranke Gallen haben. In zwei Jahren 462 Operationen, davon 339 Entfernungen der Gallenblase.« Beruhigend sah Bettelt seinen Chef an. »Sie brauchen die vielen Namen nicht durchzulesen. Das habe ich schon getan.« Er hat dabei eine Entdeckung gemacht. Nummer 259, September 1981, Gallenblasenentfernung bei Dr. Pat Woodroff Croydon. Dr. Woodroff. Unmöglich war der ermordete Pat Woodroff. Der hatte ihm doch vor wenigen Minuten noch gegenüber gesessen. Es kam Korner vor, als ob er sich immer tiefer und hoffnungsloser in einem Irrgarten verlaufen würde. Nach den misslungenen Mordanschlägen auf den Inspektor lebte Jerry Shirk in panischer Angst vor der Rache seines Auftraggebers. Er hatte sein Zimmer wie eine Festung verbarrikadiert, und wenn er das Haus verließ, dann nur in Begleitung von fünf Freunden, die die Hände in den Hosentaschen vergraben hatten und dort in Fingern den Abzug ihrer Pistolen hielten. Die erste Nacht verlief ruhig. Während seine Freunde auf der Lauer lagen, hatte Jerry sich in seinem Bett ausgestreckt. In der Hand hielt er eine entsicherte Pistole. Dass alles ruhig blieb, verstärkte Jerry den Verdacht, einen Gegner vor sich zu haben, der seine Vergeltung methodisch vorbereitete. Dieses Gefühl raubte ihm vor Furcht fast den Verstand. Wer war nur der maskierte Gast gewesen? Woher hatte er den Vorfall mit Johnny Woodruff gekannt? Stimmte es, dass Johnny nicht in Indien gestorben, sondern der unbekannte Tote von Finchley war? In seiner Verzweiflung kam Jerry plötzlich eine Idee. Man müsste der Polizei mitteilen, dass der Tote Johnny Woodruff ist. Sicher würde sie den Täter dann bald verhaften, und er, Jerry, wäre seinen Bedroher los. Er klopfte an die Wand des Nebenzimmers. Eine dunkle Stimme fragte, »Was ist?« »Einer von euch muss beim Jad anrufen. Ich habe der Polente eine wichtige Sache zu melden. Du bist wohl verrückt geworden.« Jerry schrie fast vor Erregung, »Es geht um meinen Kopf. Wenn die Polizei weiß, wer der Tote ist, schnappt sie den Mörder. Los, einer muss anrufen.« So kam es, dass Korner auf seinem Schreibtisch eine Meldung vorfand. Telefonanruf, anonym. Der Tote, der in Finchley gefunden wurde, ist Johnny Woodruff, der Bruder des Rechtsanwalts Dr. Pat Woodruff. Er ist nicht in Indien gestorben, sondern von einem Unbekannten erst vor drei Tagen in London ermordet worden. Der Mörder hat es selbst zugegeben. Wir haben mit ihm gesprochen. Johnny musste wegen Unterschlagungen flüchten. Einen kleinen Einbruch hatte er damals auch noch auf dem Gewissen. Ist niemals bekannt geworden. Die Beute hat er seinerzeit an den Hehler Clark-Narving verscheuert. Glauben wir wenigstens. Schluss. Johnny Woodruff? Der Inspektor nahm aus den Akten den Totenschein, den ihm der Anwalt für einige Tage überlassen hatte. Mit größter Sorgfalt untersuchte er das rätselhafte Dokument. Er konnte keine Fälschung entdecken. Aber es brachte ihn auf einen Einfall. Man musste in Indien nachfragen, wie er sich damals mit dem Tod des Bruders von Dr. Pat Woodruff verhalten hatte. Das war der richtige Weg. Schon wenige Minuten später gingen die nötigen Fernschreiben nach Indien. Der nächsten Tag verbrachte Korner in Erwartung der Antwort. Ein Zwischenbescheid hatte besagt, dass man eine eventuelle Exhumierung der Leiche in Erwägung ziehe. Endlich meldete die Zentrale den Eingang eines Funkspruchs aus Indien. Ausgrabung eben beendet. Stopp. Sarg mit Leiche eines Eingeborenen gehoben. Stopp. Lieutenant Barnes Bombay. Korner las die Meldung mehrmals durch. Plötzlich sprang er auf. »Kommen Sie, wir fahren zu Woodruff.« Bettel hob zweifelnd die Schultern. »Jetzt bestimmt schläft er noch.« Das Haus in Croydon lag wie erwartet noch in tiefster Ruhe. Erst nach mehrfarem Schellen öffnete der Diener. Mürrisch führte er die beiden Beamten in die Halle der Villa und schlurfte die breite Treppe zum ersten Stock hinauf. Während Bettel Wache hielt, huschte Korner in die Bibliothek und untersuchte sie, eilte dann auf die Terrasse und kroch auf allen Vieren über die Steinplatten. Ein geräuschvolles Hüsteln Bettels warnte ihn. Er rannte zurück und warf sich gerade noch rechtzeitig in einen Sessel. Als Dr. Woodruff die Treppe herunterkam, sah er einen gelangweilt wartenden Inspektor vor sich. »So früh?« fragte er erstaunt. »Ist mein geheimnisvoller Doppelgänger wieder aufgetaucht?« »Nicht ganz, nur zur Hälfte«, scherzte Korner. Woodruff gähnte herzhaft und glümmelte sich dem Inspektor gegenüber in einen Sessel. »Was heißt zur Hälfte? Wie kann ein Mensch zur Hälfte auftauchen?« »Nun, sagen wir, er war begraben.« »Begraben? Wer?« »Hatten Sie vor vier Tagen nicht einen überraschenden Besuch, Dr. Woodruff? Und zwar mitten in der Nacht?« »Wie kommen Sie denn darauf?« »Ich meine die Nacht, in der Sie noch um ein Uhr morgens in die Stadt gefahren sind.« »Wer soll denn der Besuch gewesen sein?« »Ein Mann, groß und auffällig gekleidet.« Der Anwalt wurde ärgerlich. »Es war niemand hier. Genügt Ihnen das endlich?« »Gewiß.« »Es ist schade, dass niemand hier war.« »Es würde uns vieles erleichtern, auch in der Mordsache von Fenschley.« Er unterbrach sich und machte eine bedeutungsvolle Pause. »Wir haben heute ein Telegramm aus Indien bekommen. Man hat Ihren Bruder ausgegraben.« Woodroffs Gesicht verfärbte sich. Er wurde aschfahl. »Sind Sie ganz und gar verrückt geworden?« Der Inspektor machte eine beschwichtigende Handbewegung. »Sie vergessen, dass Ihr Bruder gesucht wird. Wir sind also durchaus berechtigt, die Angaben seines Todes nachzuprüfen.« »Und es war gut so, Dr. Woodroff. Ich verstehe Sie nicht.« »In dem Sarg lag nicht Ihr Bruder, sondern ein Eingeborener. Das kann nicht stimmen. Ich habe doch den Totenschein.« »Schon richtig. Aber dieser Schein ist falsch. Der Arzt, der ihn damals unterschrieb, ist inzwischen spurlos verschwunden.« Woodroff bebte vor Entrüstung. »Dann bin ja auch ich geprellt worden.« »Ich wünsche, dass dieser Fall eingehend untersucht wird.« »Wir sind schon dabei,« säuselte Korner sanft. »Und vieles weist darauf hin, dass Ihr Bruder in den letzten Tagen hier in London war.« »Johnny, hier?« »Er ist bei mir nicht aufgetaucht,« sagte Dr. Woodroff. Der Inspektor erhob sich. »Das wäre alles, Herr Doktor. Entschuldigen Sie, dass wir Sie so früh gestört haben.« Korner war schon die drei Vorstufen der Villa hinuntergegangen, als er sich plötzlich umwandte und unvermittelt fragte, »Wie geht es übrigens Ihrer Gallennarbe, Herr Doktor?« Woodroff zuckte zusammen. »Gut«, meinte er dann. »Und Sie können den rechten Arm wieder bewegen?« »Aber ja,« lächelte der Anwalt, »es war ja nur ein kleiner Unfall.« Als Korner hinter dem Steuer seines Wagens saß, konnte er vor Spannung kaum atmen. War ihm die Überrumplung geglückt? Schweigend fuhren sie durch die morgendlichen Straßen Londons. Schließlich konnte Bettel nicht mehr an sich halten. »Warum fragten Sie Woodroff, ob er seinen rechten Arm wieder frei bewegen könne? Ich denke, er hat nur eine Gallenblasenoperation hinter sich.« »Hm, das war ein kleiner, aufschlussreicher Trick,« lächelte Korner. »Ich habe aber noch ein anderes Experiment mit dem Herrn Anwalt vor. Und zwar wird sich dabei Folgendes abspielen.« Die beiden Beamten sprachen angeregt miteinander, bis sie wieder in Scotland Yard eintrafen. Bald darauf fuhr ein Privatwagen nach Croydon zurück. In ihm befanden sich drei Beamte, die als Bäckerjunge, Telefonarbeiter und Luftwaffensoldat verkleidet waren. Die Abendblätter hatten eine Bombensensation. Mit gellenden Stimmen riefen die Zeitungsverkäufer aus. »Überfall auf Londons bekanntesten Rechtsanwalt. Ein Mann wird am helllichten Tage entführt. Dr. Pat Woodroff unverletzt. Wer ist der Täter?« Der Leiter des Dezernats für Überfälle und Inspektor Korner saßen am Nachmittag dieses ereignisreichen Tages in Dr. Woodroffs Bibliothek und lauschten dem Bericht des erschöpften Anwalts. Er saß in einem Lehnstuhl, trank heißen Tee und war sehr blass. Ich verließ mein Haus und ging in den Garten. Als ich in die Nähe der Laube kam, wurde mir von hinten ein Sack über den Kopf geworfen. Dann fühlte ich einen Schlag. Ich verlor die Besinnung. Und als ich wieder aufwachte, lag ich an einer Straße. »Wie der ermordete Unbekannte in Finchley«, flüsterte Korner. Woodroff schien es nicht gehört zu haben und fuhr fort. »Ich möchte wissen, was der Täter eigentlich von mir wollte. Vielleicht hat er mich mit einem anderen verwechselt.« »Etwa mit Ihrem Bruder?« Woodroff starrte Korner an. »Mit meinem Bruder?« Der Inspektor ergriff seinen Arm. »Natürlich. Dr. Woodroff, das ist möglich. Johnny soll doch in London sein.« »Ich halte es für das Beste. Wir gehen der Sache nach und suchen Ihren Bruder.« So viel mir mitgeteilt wurde, unterhält Johnny hier ein Versteck, in das er vor Jahren seine Beute gebracht hat. »Damals wurde nichts gefunden, aber jetzt wissen wir mehr.« In plötzlicher Erregung beugte Woodroff sich vor. »Woher wissen Sie das?« Korner tat geheimnisvoll. »Der alte Hehler Narwing hat geplaudert.« »Heute Nacht werden wir in das Nest dieses seltsamen Vogels steigen und es ausräumen.« »Ich wünsche es Ihnen,« murmelte Woodroff. Clark Narwing war schon ein alter Mann, als er zum Hehler wurde. In der Zeit einer Geschäftskrise erschien eines Tages ein Mann in seinem Laden und bot ihm ein paar kostbare Ringe zu einem Spottpreis an. Obwohl der Juwelier sich genau entsinnen konnte, dass die Stücke drei Tage vorher in der Presse als gestohlen gemeldet waren, konnte er in seiner Not der Versuchung nicht widerstehen und schloss den krummen Handel ab. Von dem Tag an ging es ihm wieder gut, denn es gab danach noch viele solcher Käufe. An diesem trüben Märzabend wunderte sich der Juwelier allerdings, dass sein Geschäft von Polizisten bewacht wurde. Der Hehler lachte leise vor sich hin. Bei ihm war nichts zu finden, falls die Herren einen Besuch vorhatten. Und selbst wenn jetzt jemand käme, um Ware abzuliefern, die Polizisten würden ihn nicht entdecken, denn unter Narwings Haus führte ein geheimer Gang zu einer anderen Straße, wo er im Untergeschoss eines seriösen Gebäudes mündete. Gemächlich stieg er in seine Wohnung hinauf, setzte sich gemütlich in einen Sessel und nahm sich die Abendzeitung vor. Auf der Straße lehnten Inspektor Korner, Sargent Bettel und drei andere Beamte in einem Hauseingang. Unentwegt beobachteten sie das erleuchtete Fenster der Juwelierswohnung. Auf dem Hof des Gebäudes, in dem sich Narwings Geschäft befand, standen ebenfalls drei Polizisten und weitere hatten den ganzen Häuserblock abgeriegelt. Es handelte sich um eine Großaktion der Polizei, als deren Krönung, Korner, sich die Verhaftung des dreifachen Mörders auf frischer Tat vorstellte. Bisher sah es allerdings nicht danach aus. Alles blieb ruhig. Nichts rührte sich. Schöne Aussicht, brummte Bettel. Und wenn er gar nicht kommt? Er wird kommen. Was soll er denn ausgerechnet heute bei dem alten Hehler wollen, meinte zweifelnd einer der Beamten. Seine Angst wird ihn zu Narwing treiben. So standen sie Stunde um Stunde im feuchten Nebel und starrten hinauf zu dem hellen Fenster in der ersten Etage. Korner wurde von einer immer stärkeren Unruhe erfasst. Schließlich sah er wieder auf die Uhr. Drei Uhr morgens. Hier stimmt etwas nicht. Wenn Narwing sein Geschäft um acht Uhr öffnen will, liest er doch nicht bis drei Uhr morgens. Los, gehen wir zu ihm hinauf. Leise gingen sie über die wenigen Stufen bis zur ersten Etage. Lautlos schwang die Tür auf. Merkwürdig, er hat nicht abgeschlossen, raunte Korner. Auf Zehenspitzen betraten sie den unbeleuchteten Flur. Gebannt blickten sie dabei auf den schwachen Lichtschein, der unter einer Tür hervorschimmerte. Korner presste sein Ohr auf die Tür. Eine, zwei Minuten. Plötzlich straffte sich seine Gestalt. Mit einer knappen Kopfbewegung gab er seinen Leuten einen Wink. Dann stieß er die Tür auf. Vor ihnen lag ein großer, auffallend elegant möblierter Raum. Die Deckenbeleuchtung war eingeschaltet und auch die Stehlampe. In ihrem Schein saß Clark Narwing in einem Sessel und sah den eintretenden Starr entgegen. Zu starr. Neben ihm war Blut. Zu spät, flüsterte Korner. Weder zu spät. Es ist zum Heulen. Erbittert stand der Inspektor mit seinen Leuten vor dem Toten. Trotz aller Bemühungen hatte er das Leben des Juweliers nicht retten können. Ich wusste, dass das Leben dieses Mannes gefährdet war und tat alles, um eine neue Bluttat zu verhindern. Anscheinend gibt es einen geheimen Weg in diese Wohnung. Nach einer sorgfältigen Durchsuchung des Hauses wurde im Keller die Tür zum Geheimgang entdeckt. Mit starken Handscheinwerfern krochen Korner und Bettel hinein. Hinter der Heizungsanlage des Häuserblocks in der Nebenstraße endete der Gang. Unbehelligt verließen ihn die beiden und eilten die Treppe zum Kellerausgang hinauf. Die offenstehende Tür bewies, dass der Mörder erst vor kurzer Zeit denselben Weg gegangen sein musste. Korner lief zur nächsten Ecke, wo ein Polizist sein Revier bewachte. Ist hier ungefähr vor einer Viertelstunde ein Auto vorbeigefahren? Jawohl, nickte der Polizist. Vor etwa 25 Minuten. Eine schwarze Rover-Limousine. Korner fuhr mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Richmond. Bettel begleitete ihn, wenn er sich auch nicht zusammenreimen konnte, warum Korner ausgerechnet zu Sir John Marshall wollte. Kurz vor Marshalls Haus hielt Korner an, befahl Bettel im Wagen zu warten und ging das letzte Stück zu Fuß. An der Villa angelangt, kletterte er über den Zaun, wandte sich dem Nebengebäude zu und verhielt kaum atmend vor der Garage. Mit einem Dietrich öffnete er das Schloss, zog einen Revolver und stieß die Tür mit dem Fuß auf. Vorsichtig schob er die Türflügel wieder an den Rahmen und ließ seine Taschenlampe aufblitzen. Suchend huschte ihr Schein über die abgestellten Wagen. Ein dunkelroter Jaguar, der helle Sportwagen Evelines und der schwarze Rover. An Rädern und Kotflügeln klebte frischer Straßenschmutz. »Na also, mein Lieber«, murmelte er, als er die Garage verließ. Lautlos ging er durch den Park zurück. In der Nähe des Zauns blieb er plötzlich stehen. Hatte da nicht ein Zweig geknackt? Mit einem Schwung warf er den Körper herum und riß den Revolver hoch. Doch es war zu spät. Er sah einen großen Schatten zwischen den Bäumen stehen, hörte eine dumpfe Detonation. »Schalldämpfer«, dachte er noch. Dann fühlte er einen rasenden Schmerz und stürzte besinnungslos zu Boden. In den Mittagsblättern erschien eine kurze Notiz. Inspektor Henry Corner von Scotland Yard wurde heute in den frühen Morgenstunden auf dem Grundstück des großindustriellen Sir John Marshall erschossen. Die Fahndung nach dem Täter ist aufgenommen worden. Kurz nach dem Erscheinen der Zeitungen tauchte Dr. Pat Woodruff in der Villa von Sir John Marshall auf. Der Anwalt war aufs Höchste erregt. Voller Mitgefühl lauschte er den Worten Evelines, die bei seinem Anblick in Tränen ausbrach. »Es ist schrecklich, Doktor. Erst stiehlt man uns den Rover, um mit ihm zu einem Mord zu fahren, und dann wird in unserem Park der Inspektor erschossen. Mein Vater ist ganz krank vor Aufregung. Wollen Sie mit ihm sprechen?« »Es wäre mir sehr recht, gnädiges Fräulein.« Sir John saß in seinem Schlafzimmer, seine Hände zitterten, als er den Anwalt begrüßte. »Auf meinem Haus scheint neuerdings ein Fluch zu lasten«, sagte er mit schwacher Stimme. Woodruff ereiferte sich aber, Sir John. »Sie brauchen nichts als Ruhe, um diesen Schock zu überwinden. Fahren Sie doch für ein paar Tage nach Schottland. Dort werden Sie bald wieder auf andere Gedanken kommen. Gern erkläre ich mich bereit, für die Zeit Ihrer Abwesenheit Ihre Geschäfte zu führen. Heute Abend kommen doch die Herren aus Indien. Da ich in Ihre Pläne eingeweiht bin, kann ich die nötigen Besprechungen ohne weiteres allein führen.« Überrascht horchte Marshall auf. Der Vorschlag hatte etwas Verlockendes. »Sie sind ein guter Freund«, sagte Sir John gerührt. »Sie haben Rechte. Ich werde ein paar Tage ausspannen und Sie für diese Zeit mit meiner Vertretung beauftragen. »Sie werden es nicht bereuen, Sir.« In Scotland Yard saß Inspektor Corner unterdessen sehr lebendig an seinem Arbeitstisch und sichtete eingegangene Meldungen. Den linken Arm trug er in einer Binde. Ab und zu griff er nach der Schulter, in der es schmerzhaft rumorte. Der Schuss des Unbekannten hatte gesessen, aber nicht genau genug, um Corners Leben auszulöschen. Immerhin sollte der Verbrecher das glauben und sich in Sicherheit wiegen. Zu diesem Zweck war die Notiz von dem Tod des Inspektors lanciert worden. Dass er nicht verblutet war, hatte er Bettel zu verdanken, der nach kurzer Zeit unruhig geworden war und ihn gesucht hatte. Jetzt unterbrach Corner seine Arbeit. »Sehen Sie mal auf die Uhr, Bettel. Wie spät ist es?« »Genau, 15.24 Uhr, Chef«, nachdenklich zog Corner an seiner Zigarette. Ein paar tiefe Lungenzüge taten bei den bohrenden Schmerzen in dem frisch operierten Arm gut. »Passen Sie auf, Sergeant. Morgen früh, spätestens um sieben Uhr, haben wir den Mörder von Finchley hier im Yard oder sonst irgendwo zu unseren Füßen.« Wenig später fuhr der große Einsatzwagen von Scotland Yard mit Corner, Bettel und sechs Polizisten durch London. Die mürrische Stimme des Fahrers unterbrach das Schweigen. »Wo geht es denn eigentlich hin, Herr Inspektor? Fahren Sie bis Sutton zur Polizeiwache. Dort werden wir warten.« Gegen 17 Uhr erfuhr Corner von Scotland Yard, dass Evelyn Marshall angerufen und seinen Nachfolger hatte sprechen wollen. Sofort wählte er die Nummer der Villa und meldete sich als Sergeant Bettel. Evelyn wollte wissen, wann das Begräbnis des erschossenen Inspektors stattfinden würde. Corner sagte mit getragener Stimme, »Er wird nicht vor nächster Woche begraben werden. Erst müssen wir seinen Mörder finden.« Schwach klang es aus dem Hörer. »Dann kann mein Vater an der Beisetzung teilnehmen. Augenblicklich ist er krank und wird für einige Tage London verlassen.« Corner stutzte. »Wer vertritt dann ihren Vater?« »Dr. Woodruff.« Mit anerkennendem Lächeln legte der Inspektor den Hörer auf die Gabel zurück. Die erste Besprechung mit den Herren aus Indien hatte in den Abendstunden ihr Ende gefunden. Dr. Woodruff war mit dem Verlauf der Verhandlungen sehr zufrieden. In bester Laune saß er im Büro, Sir John Marshalls. Das Schrillen des Telefons riss ihn aus seinen Gedanken. Rasch griff er zum Hörer und meldete sich. Aus der Leitung ertönte eine raue Stimme. »Herr Dr. Woodruff.« »Am Apparat. Was wünschen Sie?« »Hier, Sergeant Bettel von Scotland Yard. Herr Doktor, Sie haben doch ein Interesse daran, dass der Mörder gefasst wird.« »Aber ja. Haben Sie ihn endlich geschnappt?« »Noch nicht.« Bettel zögerte einen Augenblick, dann stellte er dem Anwalt eine merkwürdige Frage. »Wollen Sie nicht die Verteidigung des Mörders übernehmen?« Woodruffs Gesicht erstarrte. »Ich? Die Verteidigung? Wie kommen Sie auf solch eine Idee?« »Ich nicht. Unser oberster Chef wollte es wissen.« »Fühlt man sich im Jad der Sache wirklich so sicher?« »Sehr sicher sogar, Herr Doktor. Ihnen kann ich es ja sagen. Morgen, spätestens gegen sieben Uhr früh, wollen wir den Schlupfwinkel des Verbrechers ausheben. Das ist so ein Versteck, Beutegut und so, verstehen Sie? Jedenfalls Material genug, um ihn eindeutig zu überführen.« Und wieder lauter werdend. »Na, Herr Doktor, wie ist es? Wollen Sie bei dieser Gelegenheit den Mörder kennenlernen?« »Natürlich. Wollte ich ja schon immer.« »Dann nehmen Sie doch teil an der Razzia.« Woodruff folgte dem Gespräch nur noch oberflächlich. Was dieser Kerl doch für eine widerliche, knotige Stimme hat, musste er immer wieder denken. »Hallo, hallo«, rührte es ungeduldig aus der Leitung. »Sind Sie noch am Apparat, Herr Doktor?« Nervös konzentrierte Woodruff sich. »Selbstverständlich. Ich habe nur Ihre letzten Worte nicht verstanden.« Bettel räusperte sich vernehmlich. »Ich fragte, ob Sie morgen nicht bei der Razzia mitmachen wollen.« »Vielleicht«, murmelte Woodruff. »Ich will sehen. Ich rufe Sie noch an, Sergeant.« Als er den Hörer wieder aufgelegt hatte, saß der Anwalt lange Zeit mit geschlossenen Augen bewegungslos in seinem Sessel. Auf einmal aber kam Leben in seinen Körper. Mit einer entschlossenen Geste sprang er auf, nahm seinen Mantel und Hut aus dem Garderobenschrank und verließ mit schnellen Schritten den Raum. Auf der Straße stieg er in seinen Wagen und verließ mit hoher Geschwindigkeit die Innenstadt. Es war gegen zwei Uhr morgens, als das Telefon in der Wachstube von Satten schellte. Korner, der auf einem Feldbett lag, sprang wie elektrisiert auf. Bettel war jedoch schneller und griff nach dem Hörer. »Hier, Sergeant Bettel«, meldete er sich mit heiserer Stimme. Der Inspektor hatte inzwischen den zweiten Hörer ergriffen und lauschte erregt der Meldung eines seiner Polizeiposten. »Er hat eben das Haus verlassen und geht zu Fuß. Langer, fast bis auf die Erde reichender Regenmantel, brauner Hut mit breitem Rand. Sergeant Sirk meldete eben, dass er ihn passiert hat in Richtung Friedhof von Croydon. Er wird weiter beobachtet. Ende.« »Danke«, sagte Bettel und hängte ein. Dann sah er seinen Chef an. »Wer ist er?« »Der Mörder.« »Und den lassen Sie so einfach durch die Gegend spazieren?« Korner nickte und zog sich den Mantel an. »Warum denn nicht?« »Keine Sorge. Jetzt fassen wir ihn.« Langsam trat er an den Tisch und setzte sich auf die Kante. Wie geistesabwesend sah er auf das Telefon. Dabei nahm er aus der Manteltasche eine Pistole und lud sie durch. Bettel folgte jeder seiner Bewegungen. In der nächsten Sekunde ließ das erneute Schrillen des Telefons beide zusammenfahren. Sergeant Burke war im Apparat und meldete, »Eben hat er den Friedhof betreten und ist im Bereich der Familiengrüfte verschwunden. Wir haben das Gebiet sofort abgeriegelt. Die Scheinwerfer sind in Stellung gebracht. Was sollen wir tun?« »Abwarten«, befahl der Inspektor mit ruhiger Stimme. »Wir kommen sofort.« Die Nacht war dunkel und voll Regen. Der große Einsatzwagen von Scotland Yard glitt durch aufspritzende Wasserlachen und hielt in 500 Meter Entfernung vom Friedhof an. Die Polizisten stiegen aus und gruppierten sich um den Inspektor, der die letzten Anweisungen gab. »Bettel und drei Mann kommen mit mir. Die anderen halten das Gelände von außen unter Beobachtung. Bettel, sie nehmen die Maschinenpistole. Und sie«, er zeigte auf zwei Polizisten, »schnappen sich die Tränengasbomben. Und sie folgen uns mit den Scheinwerfern. Wenn Schüsse zu hören sind, kümmern die Bewacher der äußeren Linie sich nicht darum. Erst wenn sie einen Flüchtenden sehen, dürfen sie eingreifen.« Lautlos verteilten sich die Polizisten über den Friedhof. Durch die stummen Reihen der Grabkreuze huschte ein Mann. Wenn er sich bückte, um den Baumzweigen auszuweichen, schleifte sein langer Mantel über den Boden. Vor einem Grabmal in der Form eines Tempels blieb er stehen. Er ließ seine Taschenlampe kurz aufblitzen und tastete sich zu der kleinen Tür, die in die alte Gruft führte. Langsam stieg er die Steinstufen hinab und ließ die Lampe kreisen. Drei verstaubte Särge standen auf dem feuchten Boden. Aufatmend setzte er sich auf den Deckel des einen Sarges. »Geschafft«, murmelte er, »jetzt noch die Sachen geholt und das Spiel ist gewonnen.« Er knöpfte den Mantel auf und begann die Schrauben des Sarges, der in der Nähe der Treppe stand, zu lösen. Als alle Schrauben entfernt waren, hob er mit einer Eisenstange den schweren Deckel hoch. Oben auf dem Friedhof schlichen von allen Seiten Polizisten an den Tempel heran. Korner stand dicht am Eingang und als der Ring geschlossen war, hob er die Hand. In derselben Sekunde flammten vier starke Scheinwerfer auf. Die Pistole des Inspektors blitzte, er schrie, »Kommen Sie herauf! Das Spiel ist aus!« Der Mann hatte sich gerade wieder erhoben und seinen Mantel zugeknöpft, als plötzlich der taghelle Schein in die Gruft fiel. Er riss eine Pistole aus der Tasche. Wahnsinnige Angst drohte ihn zu lähmen. Wieder dröhnte die Stimme durch das Gewölbe der Gruft, »Kommen Sie augenblicklich herauf!« »Oder soll ich Sie holen?« Sekunden später hörte der Mann Schritte auf der Treppe. Da hob er die Hand und drückte ab. Die Schritte eilten zurück. »Lassen Sie den Blödsinn!« brüllte der Inspektor. »Holen Sie mich doch, Sie verdammter Kerl!« tobte der Mann. Rasend vor Wut sprang er vor und schoss in die Helligkeit hinein. Eine Garbe aus der Maschinenpistole war Bettels Antwort. Sofort stoppte der Inspektor die Schießerei. »Nur nicht den Unkostenstürzen, meine Herren. Wir haben Zeit. Aber der Knabe da unten nicht. Sergeant Sirk, geben Sie mir mal die Tränengasbombe!« Einen Augenblick lang wog Korner die kleine gläserne Flasche in der Hand. Dann beugte er sich vor und warf sie in die Gruft. Klirrend zerschellte sie auf dem Steinboden. Ätzend stiegen weiße Schwaden die Treppe empor. Der Mann im Regenmantel war weit zurückgewichen, als die Flasche zerbarst. Das Gas trieb ihn zur Raserei. »Ihr Bluthunde! Trotzdem bekommt ihr mich nicht!« Er zerrte ein Taschentuch aus dem Mantel, tunkte es in eine Pfütze am Boden und drückte es gegen Mund und Nase. Stöhnend warf er sich hin und kroch zur Treppe, wo ein frischer Luftstrom das Gas in Bewegung hielt. Als sich ein Schatten im Scheinwerferlicht zeigte, schoss er sofort. Es war Bettel, an dem die Kugel um Millimeter vorbeipfiff. In der gleichen Sekunde zersplitterte eine neue Tränengasbombe neben dem Verbrecher. Ächzend wälzte er sich auf den Rücken und schnappte gierig nach Luft. Dabei fiel der Schein der starken Lampe auf sein Gesicht. Es war verzerrt vor Angst und fast unkenntlich. Dennoch erkannte es Bettel und wollte einen Namen rufen. Doch vor Staunen brachte er keine Silbe über die Lippen. Diese momentane Fassungslosigkeit musste er teuer bezahlen. Ein Schuss krachte und wie vom Blitz getroffen stürzte der Sargent zu Boden. Diesmal hatte der Verbrecher besser gezielt. Ungeachtet der Gefahr sprang der Inspektor ins Scheinwerferlicht und zerrte den Verwunderten in die Dunkelheit. »Bettel, was machen Sie für Dummheiten!« polterte er mit bewegter Stimme und nahm den Kopf seines Sergenten in beide Hände. Der aber schien ihn gar nicht zu hören. Grenzenlose Überraschung stand in seinen Augen, als er mit röchelnder Stimme sagte, »Das ist ja Dr. Woodruff.« »Nein, Bettel, ist es nicht«, flüsterte der Inspektor ganz dicht am Ohr des Sterbenden. »Das ist Johnny, sein Bruder.« »Der Tote von Finchley, der Mensch ohne Gesicht, war Dr. Pat Woodruff.« Das war das Letzte, was Sargent Bettel hörte. Sein Kopf sank kraftlos zur Seite. Erschüttert verharrte Korner noch einen Augenblick an der Leiche seines Assistenten. Dann richtete er sich wieder auf. Entschlossenheit und Erbitterung standen in seinem Gesicht, als er sich vorsichtig dem Tempeleingang näherte. Im Schutz der Dunkelheit beugte Korner sich weit vor und rief, »Johnny Woodruff! Ihr viertes Opfer klagt Sie an! Kommen Sie herauf!« Ein gurgelnder Aufschrei war die Antwort. »Lieber hier sterben, als durch den Henker!« Im gleichen Moment hörte man schwere, taumelnde Schritte die Treppe hinauf stolpern. »Scheinwerfer an!« brüllte Korner und schnellte zur Seite. Das Licht tauchte den Tempelausgang in Tageshelle. »Deckung!« Kommandierte der Inspektor, aber schon schrien zwei getroffene Polizisten auf. Sekunden nur dauerte der Kugelwechsel. Plötzlich streckte der Mann im langen Mantel die Arme ins Licht, drehte sich im Zeitlupentempo herum und stürzte zu Boden. Wie versteinert stand der Inspektor eine Weile vor dem leblosen Körper. Dann wandte er sich an einen der Polizisten. »Rufen Sie Scotland Yard an!« »Die Bestie von Finchley ist tot!« Einige Tage nach dem nächtlichen Kampf saßen Korner, Evelyn und Sir John Marshall sich am Teetisch gegenüber. Der Inspektor hatte die erste Gelegenheit benutzt, um sich den beiden als doch noch lebend vorzustellen und ihnen Sinn und Zweck der lancierten Pressemeldung zu erklären. Dabei kam das Gespräch auf das tragische Ende des Rechtsanwalts Dr. Pat Woodruff durch die Hand seines Bruders. Evelyn schüttelte ungläubig den Kopf. »Nie hätte ich diesen vermeintlichen Dr. Woodruff für einen Verbrecher gehalten.« »Ich kann das verstehen«, nickte der Inspektor, »und ich bin überzeugt, dass er in jener Nacht keinesfalls mit einer festen Mordabsicht zu Pat gekommen ist. Durch einen Streit muss er jede Kontrolle über sich verloren haben und erst nach dem Brudermord wurde er dann zu einem bedenkenlos tötenden Ungeheuer. Zweifellos aus Angst vor der Entdeckung seines Verbrechens.« Interessiert beugte Sir John sich vor. »Wie sind Sie eigentlich auf seine Spur gekommen?« »Das ist schnell erzählt.« Nach der Aussage ihrer Tochter, die von einer verblüffenden Ähnlichkeit zwischen dem angeblichen Dr. Pat Woodruff und dem Käufer des Blaufuchses gesprochen hatte, war ich natürlich auf Woodruff aufmerksam geworden. Aus diesem flüchtigen Interesse wurde ein handfester Verdacht, als mir der Anwalt erzählte, dass sein Bruder in Indien gestorben sei und wir den Grabbetrug feststellten. Wie das so ist, nun reihte sich eine Belastung an die andere. Ich entdeckte zum Beispiel Blutspuren zwischen den Steinen auf seiner Terrasse. Viel schwerer aber wog die Sache mit der Narbe. Da hatte das Schicksal dem Mörder einen verhängnisvollen Streich gespielt. Johnny Woodruff konnte nicht wissen, dass sein Bruder eine Gallenblasenoperation durchgemacht hatte. Die Operationsnarbe ließ aber vermuten, wer der Tote war. Jetzt tastete ich mich an Johnny heran. Ich fragte ihn nach einer Armverletzung, die Pat nie hatte und prompt fiel er darauf herein. Aber noch hatte ich keine Gewissheit. Ich musste daher zu einem Gewaltakt schreiten. Johnny wurde in meinem Auftrag von Polizeibeamten überfallen und entführt. Im Yard ließ ich den Betäubten ausziehen und fotografieren. Nun war der Fall klar. Der angebliche Dr. Woodruff hatte keine Operationsnarbe. Inspektor, Inspektor, lächelte Sir John, Sie überfallen Menschen und lassen Aktaufnahmen von Ihnen machen. Dürfen Sie denn das? Um Gottes Willen, wehrte Korner ab, natürlich nicht. Aber im Kampf gegen diesen Verbrecher war mir jedes Mittel recht. Bei späteren Untersuchungen stellte sich auch heraus, wie er in das Haus von Ben Farmer eindrang. Er benutzte tatsächlich das Dach als Einstieg. Korner schüttelte bekümmert den Kopf. Ich erwähnte in einem Gespräch den Namen des Helers Narwing und war überzeugt davon, dass er versuchen würde, auch diesen Zeugen zum Schweigen zu bringen. Wir taten alles, um das Leben des Juweliers zu schützen. Leider war uns jedoch unbekannt, dass zu seinem Hause ein Geheimgang führte. Aber der Täter machte noch einen groben Fehler, den er vermutlich als besonders intelligent einstufte. Bei den ersten Morden fuhr er seinen eigenen Wagen. Für den Mord an dem Juwelier stahl er ihr Auto, um den Verdacht in die falsche Richtung zu lenken. Damit hat er sich selbst zur Strecke gebracht, auch wenn ich beinahe in ihrem Garten hätte dran glauben müssen. Bei allem dürfen wir nicht übersehen, dass es vielleicht nie gelungen wäre, den Mörder zu stellen, wenn er nicht bereits vor der Tat den größten Fehler gemacht hätte. Und dieser Fehler bestand darin, dass er Fräulein Evelyn auf der Straße angesprochen und am nächsten Tag den Blaufuchs für sie gekauft hatte. Dadurch öffnete er seinem düsteren Schicksal weit die Tür. Dürfen Dürfen Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Sie hörten Die grünen Augen von Finchley von Heinz G. Konsalik Gelesen von Matthias Pony Produziert von Sounds of Seduction Co. Bis zum nächsten Mal.